In diesem Video geht es nochmal um Kryptowährungen, um Investment und auch um Finanzkorruption. Ihr wisst, das ist ein Thema, wo ich mich seit Jahren sehr intensiv und sehr gerne auch mit beschäftige. Vor allen Dingen das Thema Finanzkorruption und auch Online-Investment, Online-Korruption. Das Thema ist seit Jahren, seit es eigentlich, seit es Internet gibt, ein Thema. Es ist auch tatsächlich immer größer geworden. Auch das Thema Kryptowährungen und auch Kryptoinvestment mithilfe des Internets ist tatsächlich immer größer geworden. Und ich sage hier nochmals, obwohl ich Kryptowährungen an sich überhaupt nicht schlecht machen will, absolut nicht, es ist eine neue Möglichkeit zu investieren. Trotzdem sage ich hier in diesem Video nochmal, allergrößte Vorsicht bei Investments im Internet. Und dann, da halte ich es dann wirklich mit Warren Buffett, der sagt, investiert in nichts, wovon ihr keine Ahnung habt. Und das hier nochmal gesagt. Nur, wenn ihr wirklich Ahnung habt über das Produkt, in welches ihr investiert, macht es Sinn, da ihr Geld, da euer Geld auch darin zu investieren. Ich hatte ja hier dieses Video und da gab es direkt einen Kommentar von einem Herrn. Und ja, der hat dann geschrieben, wie toll es ist und innerhalb kürzester Zeit, wie viel Gewinn er gemacht hat. Und danke schön dafür, dass ich so ein tolles Video darüber gemacht hätte, über die Kryptowährungen. Und auch ich, ne? Er hat mich auch ein bisschen gelobt. Ich hätte es ja verstanden, es müsste mehr solche tollen Videos geben. Und ja, und danke, dass Leute, so wie ich, Videos machen über Kryptowährungen. Und ganz, ganz, ganz toll, eine Riesengeschichte. Und er hätte, es wäre so erfolgreich und nur das sei die Zukunft und, und, und. Und schwuppdiwupp gab es darunter acht Kommentare von acht verschiedenen Zuschauern, ja? Die auch geschrieben hatten, ja, genau, dieser Herr, der dort erwähnt wird, also der Kommentar, der erste Kommentar erwähnte einen Herrn, der gesorgt hätte, dass man unglaublich viel Gewinn macht. Und alle acht Kommentare erwähnten dann diesen Herrn. Ja, Mensch, der Herr ist toll und der ist super und ja, auch ich habe da Gewinn gemacht und vorher habe ich Verlust gemacht und jetzt mache ich Gewinn, dank diesem Herrn. Also, es waren insgesamt neun Kommentare, wo dieser eine Herr über den Klee gelobt wurde, dass er der absolute Krypto-Experte ist und für Gewinne sorgt. Ja, ich habe natürlich alles sofort gelöscht, weil es war eine Werbenummer und habe dann aber nochmal gedacht, ich werde dazu hier nochmal ein Video machen, denn es ist so typisch. Es ist so typisch. Klar, wenn ich mich nicht so vielleicht mit dem Thema beschäftigt hätte, würde ich es vielleicht nicht einmal bemerken. Aber es ist die typische Strategie dieser, ja, ich nenne es mal korrupten Online-Broker und ich will damit nicht sagen, dass einer dieserjenigen, die dort diese Kommentare geschrieben, dazu gehört. Absolut nicht. Aber es ist eine Strategie, die einige, auch vielleicht auch gute Broker, aber einige auch wirklich an den Tag legen, um dafür zu sorgen, dass Menschen investieren. Also, für euch erstmal hier jetzt, ja, gut, ich kann natürlich sagen, ich bin so froh, dass ich da Gewinn gemacht habe. Ich möchte, dass jeder das weiß und ich möchte meine gute Erfahrung teilen. Aber trotzdem sollte ich skeptisch sein, wenn viele Menschen plötzlich teilen, dass nur dieser eine, dass das der Experte ist, ja, und dass der so viele tolle Sachen gemacht hat. Dann habe ich mir natürlich die Profile der Menschen angeschaut und es waren alles Profile von Menschen, die, ja, die sahen klasse aus, ne, alles schön im Anzug, weißes Hemd, Schlips. Das sind oft, nicht immer, oft sogenannte Stockfotos, die kann man im Internet kaufen. Das sind Schauspieler, die sich dann mal eine Brille aufsetzen oder die Haare anders machen oder einen Bart wachsen lassen und die dann Fotos machen, die sie tatsächlich verkaufen. Das machen Männer, das machen Frauen, Stockfotos, die kann man im Internet kaufen, wenn man eine Firma hat und man braucht ein Foto von seriös aussehenden Geschäftsleuten um den Konferenztisch. Dann kann man da irgend so ein Foto kaufen, sich aussuchen oder was auch immer. Diese Internet-Profilfotos waren natürlich meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, vielleicht bin ich falsch. Es waren Fotos, die, wo ich gedacht habe, naja, ob das jetzt echte Personen sind, ich weiß es nicht. Und dann war auch interessant, dass die alle nur acht Follower hatten, keine Videos im Internet und, und, und. Und da kann man schon mal dran sehen, da stimmt vielleicht, vielleicht etwas nicht. Ich drücke es hier vorsichtig aus. Wir wollen ja wirklich niemandem zu nahe treten. Jedenfalls die Strategie, ja, die oft dahinter steckt und womit auch sehr, sehr viele junge Leute, auch in anderen Social Media Plattformen, ja, in anderen, da gibt es ganz viele. Ob das jetzt, ich nenne mal eine ganze Reihe, TikTok, Reddit, Instagram, was auch immer es ist. YouTube, Facebook, Twitter, egal wo, die tummeln sich überall. Und die Strategie ist wirklich, einen rauszusuchen bei einer Firma und der macht sich vielleicht sogar selber. Das funktioniert. Fünf, sechs, sieben, zehn, zwanzig, dreißig Profile kann man ja ganz einfach machen. Kann ja auch verschiedene Internetadressen, E-Mail-Adressen kann man ja auch sich anlegen. Und dann macht er praktisch für sich selbst Werbung. Das sind sogenannte Affiliates. Affiliates und damit arbeiten übrigens viele Broker auch sehr gerne. Affiliates sind sehr gerne, sehr oft junge Menschen, die selber auch einen Teil manchmal investiert haben in ein solches Produkt und die dann ganz viele andere junge Leute mit in die Firma reinbringen und dafür Geld bekommen. Also eine, ja eigentlich Kommissionsarbeit, die eine Kommission bekommen, dafür, dass sie neue Mitarbeiter anwerben. Das wird sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Und manchmal wissen die jungen Leute, was sie tun. Junge, es sind manchmal auch ältere Leute, aber bevorzugt werden junge Leute rausgesucht, weil die auch noch nicht so viel Erfahrung haben, noch nicht so viel wissen. Und natürlich auch immer gerne auf den Zug. Junge Leute lieben meistens mehr Veränderung als ältere Menschen und sie springen gerne auf diesen Zug des Fortschritts, der Modernität auf. Alles, was neu ist, wird oft erst mal erfolgreich. Also neue Plattformen, große, neue Währungen und, und, und. Junge Leute finden das toll. Die möchten gerne Veränderungen, die möchten in der Zukunft leben. Die finden auch Humanoids. Manche finden das sogar toll, dass wir womöglich ein Chip in den Kopf bekommen und nicht mehr nachdenken müssen, dass der Chip das übernimmt. Manche, ich habe mit jungen Leuten gesprochen, die mir sagen, wow, das wäre mein Wunschtraum. Okay, gut, alles gut. Veränderung gehört mit zum Leben. Unser Leben ist Veränderung und Veränderung ist auch gut. Aber informiert euch vorher. Manchmal wissen die Affiliates, was sie tun. Sehr oft wissen sie es aber auch nicht. Und sie ziehen dann, übrigens auch das ist passiert, darüber habe ich auch geschrieben, sie ziehen dann oft Freunde, Verwandte, ganz viele Leute aus ihrem familiären Umfeld mit rein. Ich sage mal, in den Dreck, ja, verlieren ganz viel ihres Vermögens auch, ziehen die mit rein und haben dann plötzlich ihr Geld verloren und auch ihre sozialen Kontakte verloren. Das passiert. Es gibt solche Leute, nicht nur einen, nicht nur zehn. Es gibt Hunderte, es gibt Tausende im Internet. Tausende junge Menschen, die ihr soziales Umfeld deswegen verloren haben, weil sie auch reingefallen sind als sogenannter Affiliate. Kommentare schreiben auch unter den Videos und dann halt, ja, alles verlieren und mit ihnen auch ganz viele weitere Mitarbeiter, äh, weitere Verwandte, weitere, ja, manchmal auch Mitarbeiter oder Kollegen oder auch Freunde, die dann auch ihr Geld, ihre, ihre Sachen verlieren. Also, Vorsicht, wenn jemand ganz viel Werbung für eine bestimmte Person macht, schaut euch die Person an. Nein, es reicht nicht, mit der Person zu telefonieren. Es reicht nicht. Ja, vielleicht, wenn ihr sagt, ich, ach, ich komme, 100 Euro oder 1000 Euro, habe ich Spielgeld, das gucke ich mir jetzt mal an und das mache ich mal aus Spaß. Dann ist dagegen nichts zu sagen. Aber in dem Augenblick, wo ihr wirklich, wo es darum geht, dass es etwas ist, was ihr nicht euch leisten könnt zu verlieren, ja, in dem Augenblick solltet ihr euch mindestens einmal mit der Person getroffen haben. Und wenn die Person in Berlin wohnt oder in Frankfurt oder in Hamburg, das ist nämlich oft so, wenn ich in Aachen wohne, wohnt die Person natürlich in Berlin und ist ganz viel unterwegs auf Geschäftsreise, ist in Zypern und in Malta und sonst wo und in Asien und hat vorläufig keine Zeit, euch zu treffen. Aber der Zug läuft ja davon, ihr müsst jetzt investieren. Macht es nicht. Sagt, tut mir leid, solange ich sie nicht gesehen habe und mal wirklich ihren Pass gesehen habe, solange kann ich leider keine Summen investieren. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und ja, diese Leute sind geschult. Sie bekommen eine Schulung, eine psychologische Schulung, dass sie genau wissen, wie sie mit euch zu reden haben. Und glaubt mir, in dem Augenblick, wo man merkt, ihr habt vielleicht Interesse, aber ihr seid noch nicht überzeugt, in dem Augenblick kommt der Chef, ja, und dann werden die sagen, unser Leiter, unser Finanzexperte, der wird sich jetzt mit Ihnen mal unterhalten. Und dieser Finanzexperte, der ist ganz genau geschult, die psychologischen kleinen, kleinen, ja, die psychologischen Schwachpunkte in ihrem Charakter zu entdecken und da genau da einzuspielen. Also, allergrößte Vorsicht, nichts gegen Kryptowährungen an sich, absolut nicht, absolut nicht. Vorsicht, wenn ihr investiert. Vorsicht, mit wem ihr Geschäfte abschließt. Das ist der Sinn, weshalb ich dieses Video mache und auch wirklich nochmal zu sagen, und es gab offensichtlich schon Zuschauer, die gedacht haben, wow, das ist jetzt derjenige, der da erwähnt wurde in dem Kommentar, der meine finanzielle Situation verbessern kann. Das ist derjenige, einige Zuschauer hatten mir das schon geschrieben, Vorsicht. Wie gesagt, es funktioniert seit Jahren und es funktioniert immer besser, je mehr Menschen in eine finanzielle Notlage geraten. Das hier sind jetzt Goldgräberzeiten für solche Investments. Fallt nicht drauf rein. Bitte nicht, meine Zuschauer, meine ganz liebe Community hier, bitte, bitte nicht. Ihr seid ja nicht meins, aber wir, wir gemeinsam, ja, hier bei uns bitte nicht. Und nehmt sonst untereinander Kontakt auf. Stärkt euch gegenseitig. Stärkt euch zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020